Hallo und herzlich willkommen zu diesem dritten Video aus der Videoreihe zur Teilkostenrechnung. Im ersten Teil haben wir uns ja ein bisschen mit der Kostentheorie beschäftigt, ihr wisst also was Einzel- und Gemeinkosten sowie Variable und Fixelkosten sind und im zweiten Videoteil habe ich euch erklärt, wie man den Deckungsbeitrag berechnet. In diesem Video schauen wir uns jetzt mal an, wofür man den Deckungsbeitrag eigentlich benötigt. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass ihr die Formeln zur Berechnung des Deckungsbeitrags kennt. Deswegen wiederholen wir das noch mal ganz kurz. Und zwar berechnet ihr ja den Stückdeckungsbeitrag aus der Differenz zwischen dem Stückerlös, also dem Verkaufspreis einer Ware und den variablen Stückkosten. Und wenn ihr euch den Videoteil vorher angeschaut habt, dann wisst ihr ja, dass der Stückerlös pro Stück logischerweise in gleicher Höhe anfällt und das gilt dann natürlich auch für die variablen Stückkosten. Und genau weil dieser Zusammenhang gilt, kann man dann den Stückdeckungsbeitrag berechnen und der ist dann übrigens auch unabhängig von der Stückzahl, die an Waren verkauft wird, immer gleich hoch. Und das ist eben das Besondere am Stückdeckungsbeitrag, aber das schauen wir uns gleich noch mal genauer an. Als nächstes müsst ihr dann wissen, dass man den Stückdeckungsbeitrag mit der Absatzmenge multipliziert, also mit der Menge an Ware, die man innerhalb eines Zeitraums, zum Beispiel eines Monats, verkauft. Auf diese Weise erhält man dann den Gesamtdeckungsbeitrag. Und im Videoteil 2 habe ich euch ja auch erklärt, wofür dieser Deckungsbeitrag gut ist. Er soll nämlich die fixen Kosten decken. Man zieht also vom Deckungsbeitrag die gesamten fixen Kosten ab und erhält dann den Erfolg des Unternehmens innerhalb des Zeitraums, also den Gewinn bzw. den Verlust. Und jetzt müsst ihr genau auf diesen Zusammenhang achten, denn die Fixkosten fallen ja je Zeitraum, zum Beispiel für einen Monat an und sind dann konstant. Und jetzt achtet in dieser Übersicht also bitte mal darauf, die variablen Kosten sind konstant je Stück und die Fixkosten sind konstant je Zeitraum, also zum Beispiel konstant innerhalb eines Monats. Das war ja der grundsätzliche Unterschied zwischen variablen und fixen Kosten und wenn ihr das noch nicht so ganz verstanden habt, dann müsst ihr euch den Videoteil 2 nochmal anschauen. Um jetzt die Zusammenhänge zu verstehen, schauen wir uns mal ein Beispiel dazu an. Dazu nehmen wir einmal an, dass ein Unternehmen mit einer Ware handelt und diese Ware zum Preis von 10 Euro an den Kunden verkauft. Das ist dann ja der Stückerlös. Um diesen Erlös zu erzielen, fallen bei dem Unternehmen variablen Stückkosten in Höhe von 6 Euro an. Und dann sollen die Fixkosten noch pro Monat 2000 Euro betragen. So und jetzt schauen wir uns mal genauer an, was das für das Unternehmen bedeutet. Hierzu habe ich euch diese Tabelle erstellt, aus der könnt ihr zunächst einmal die sogenannte Beschäftigung, also die Absatzmenge ersehen. In einem Monat kann das Unternehmen von 0 bis 1000 Stück an Kunden verkaufen. Jetzt müsst ihr also wieder beachten, dass diese Beschäftigung also die Absatzmenge ist und diese kann eben variieren von 0 bis 1000 Stück in einem Monat. Dann kann man nämlich in dieser Tabelle als nächstes die Erlöse berechnen und dann ist logisch, wenn in einem Monat keine Ware verkauft wird, dann beträgt der Erlös natürlich 0 Euro. Kann das Unternehmen in einem Monat jedoch 100 Stück verkaufen, dann fällt der Stückerlös von 10 Euro pro Stück ja 100 mal an und es ergibt sie einen Umsatzerlös von 1000 Euro. Und das könnt ihr dann für jede Beschäftigungsmenge, die hier in der Tabelle steht, errechnen. Das ist dann wie gesagt der Erlös. Zur Berechnung kann man dann die Formel Stückerlös mal Absatzmenge gleich Gesamterlös pro Monat verwenden. Im nächsten Schritt in der Tabelle schauen wir uns dann mal den Verlauf der variablen Kosten an. Jetzt wisst ihr ja aus den vorherigen Videoteilen, dass die variablen Kosten nur entstehen, wenn Ware verkauft wird. Das ist dann ja vereinfacht gesagt der Wareneinsatz, der eben notwendig ist, um die Ware verkaufen zu können. Und dann ist es auch logisch, wenn die Beschäftigung 0 Stück beträgt, wir verkaufen also keine Ware, dann fallen logischerweise auch keine variablen Kosten an. Werden in einem Monat 100 Stück der Ware verkauft, fallen die 6 Euro variablen Stückkosten 100 mal an und es ergeben sich variable Kosten in Höhe von 600 Euro. Und das gilt dann auch für jede weitere Beschäftigung in der Tabelle. Um also die Höhe der gesamten variablen Kosten in dieser Tabelle berechnen zu können, kann man dann folgende Formel anwenden. Man berechnet einfach die variablen Stückkosten mal die Beschäftigung, also die Absatzmenge. Nun erweitern wir die Tabelle um die fixen Kosten und die sollen ja 2000 Euro pro Monat betragen. Und jetzt erkennt ihr an der Einheit Euro pro Monat, dass die fixen Kosten eben unabhängig von der Beschäftigung anfallen. Das ist ja das Besondere der fixen Kosten. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass die fixen Kosten unabhängig von der Beschäftigung, also egal ob man 0 Stück, 100 Stück, 200 Stück und so weiter verkauft, immer 2000 Euro pro Monat betragen. Um die fixen Kosten in der Tabelle zu berechnen, braucht man also eigentlich gar keine Formel, denn es handelt sich ja um eine Konstante, nämlich die gesamten Fixkosten pro Monat. Als letztes wollen wir jetzt in der Tabelle den Erfolg ermitteln, den das Unternehmen bei den unterschiedlichen Ausbringungsmengen, also Beschäftigungsmengen erzielen kann. Der Erfolg ist dann also der Gewinn bzw. der Verlust bei der entsprechenden Beschäftigung. Jetzt müsst ihr wieder eine wichtige Formel kennen, denn der Gewinn bzw. der Verlust ergibt sich aus der Differenz zwischen den Gesamterlösen auf der einen Seite, das ist ja der positive Wert, wenn man Waren an Kunden verkauft und den gesamten Kosten, also den Kosten, die für den Warenhandel angefallen sind. Und dann habt ihr ja gesehen, kann man die Gesamtkosten noch aufteilen in die gesamten Variablenkosten und die gesamten Fixkosten, sodass ihr also folgende Formel erhaltet. Dann kann man nämlich ganz einfach in der Tabelle den Gewinn bzw. den Verlust bei den einzelnen Beschäftigungsmengen berechnen. Wenn also unser Unternehmen in einem Monat keine Ware verkauft, sich also keine Erlöse ergeben, aber dafür auch keine variablen Kosten anfallen, dann entstehen dem Unternehmen ja trotzdem die fixen Kosten in Höhe von 2000 Euro. Und dann erkennt ihr, dass sich in einem solchen Monat natürlich ein Verlust von 2000 Euro ergibt. Gelingt es dem Unternehmen jedoch in einem Monat 100 Stück der Ware zu verkaufen, dann ergeben sich logischerweise 1000 Euro Erlöse, 600 Euro Variablekosten und 2000 Euro Fixekosten. Und ihr seht, dass das Unternehmen wieder einen Verlust erwirtschaftet, denn die Kosten sind ja immer noch größer als die Erlöse. Das gleiche gilt dann auch bei einer Absatzmenge von 200, 300 und 400 Stück. Aber wie ihr aus der Tabelle entnehmen könnt, ergibt sich jetzt ein interessanter Aspekt. Aus der Tabelle könnt ihr nämlich zunächst einmal ersehen, dass wegen der monatlicher immer anfallenden Fixkosten zunächst ein Verlust erzielt wird. Mit zunehmender Absatzmenge, also Beschäftigung, geht der Verlust jedoch immer weiter zurück. Und jetzt könnt ihr euch ja mal überlegen, woran das eigentlich liegt. Ich verrate es euch mal. Das liegt nämlich daran, dass mit der Ware grundsätzlich ein Gewinn erzielt werden kann. Das klingt für einige von euch jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist ja tatsächlich so, dass der Stück Erlös grundsätzlich größer ist als die variablen Kosten. Das bedeutet ja eben, dass grundsätzlich mit der Ware erstmal ein Gewinn erzielt werden kann. Aber aus der Tabelle erkennt ihr ja, dass das Problem die fixen Kosten sind, die wie gesagt immer, also jeden Monat anfallen. Aus der Tabelle könnt ihr aber auch erkennen, dass ab einer bestimmten Absatzmenge pro Monat das Unternehmen mit dem Verkauf der Ware dann doch einen Gewinn erzielen kann. Und auch hier erkennt ihr, dass mit zunehmender Beschäftigung dieser Gewinn ansteigt. Um euch diese interessanten Zusammenhänge jetzt mal zu verdeutlichen, zeige ich euch das Ganze mal anhand eines Koordinatensystems. Jetzt weiß ich, dass viele von euch Probleme mit solchen Koordinatensystemen haben. Wir schauen uns das Ganze jetzt aber mal Schritt für Schritt an und dann werdet ihr sehen, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist. Zunächst einmal müsst ihr euch anschauen, was in diesem Koordinatensystem überhaupt eingetragen werden soll. An der Y-Achse findet ihr die die Kosten bzw. Erlöse in Euro und an der X-Achse die Beschäftigung. Und jetzt versuchen wir mal, die Ergebnisse aus unserer Tabelle in dieses Koordinatensystem zu übertragen. Wie ihr aus unserer Tabelle ja nehmen konntet, haben wir ja zunächst einmal mit der Beschäftigung begonnen. Diese Beschäftigung von 0 Stück bis 1000 Stück findet ihr, wie gesagt, auf der X-Achse im Koordinatensystem. Und jetzt wollen wir als erstes mal die Erlöse in das Koordinatensystem eintragen. Aus der Tabelle könnt ihr ja nehmen, dass es zu jeder Beschäftigung jetzt einen Erlös gibt. Und das ist ja ein wichtiger Sinn des Koordinatensystems, denn es werden ja zwei Werte in diesem Koordinatensystem miteinander verbunden. Am besten fangt ihr dann immer mit der einfachsten Kombination an, nämlich mit der Beschäftigung 0 Stück und den Erlösen 0 Euro. Diesen Wert könnt ihr nämlich ganz einfach im Koordinatensystem im Koordinatenursprung eintragen. Dann könnt ihr euch im nächsten Schritt eine beliebige Kombination aus Beschäftigung und Erlösen aus der Tabelle auswählen. Ich habe hier in meinem Beispiel mal die Beschäftigung 400 Stück gewählt, bei der sich ja Erlöse in Höhe von 4000 Euro ergeben. In unserem Koordinatensystem sucht ihr also einfach die 400 Stück und die Erlöse 4000 Euro auf der Y-Achse. Auf diese Weise erhaltet ihr dann leicht einen Punkt im Koordinatensystem. Aber wie gesagt, ihr müsst das nicht bei der Kombination 400 Stück 4000 Euro nehmen, ihr könnt jede beliebige Kombination aus der Tabelle verwenden. Was wir jetzt damit erreicht haben, ist nämlich, dass wir die Erlöse in das Koordinatensystem übertragen haben. Und jetzt werden viele von euch denken, was so einfach ist das? Ja, das ist tatsächlich so einfach, denn die Erlösfunktion, die sich hier ergibt, ist eine lineare Funktion, also eine Gerade. Und jetzt ist das Besondere, dass es eben ausreicht, eine Gerade zu zeichnen, wenn man zwei Punkte kennt. Und diese zwei Punkte habt ihr jetzt gerade in dieses Koordinatensystem eingetragen und ihr braucht dann also nur die beiden Punkte mit einer Geraden zu verbinden. Und schon habt ihr die Erlösfunktion ins Koordinatensystem eingetragen. Ihr seht, war gar nicht so schwierig. Jetzt machen wir das im nächsten Schritt mal mit den Variablenkosten. Ihr könnt euch also wieder im ersten Schritt eine beliebige Kombination aus der Tabelle auswählen. Aber lasst es euch mal gesagt sein, am besten ist immer die Kombination 0 Stück, weil sich hier 0 Euro Variablekosten ergeben. Dann habt ihr nämlich den ersten Punkt zur Konstruktion der Variablenkostenfunktion und der beginnt wie bei den Erlösen im Ursprung. Und jetzt könnt ihr wieder eine beliebige Kombination auswählen. Ich habe mich wieder für die 400 Stück entschieden, denn dann ergeben sich ja Variablenkosten in Höhe von 2400 Euro. Als erstes sucht ihr auf der x-Achse die 400 Stück, auf der y-Achse sucht ihr die 2400 Euro und dann kombiniert ihr die beiden Punkte im Koordinatensystem. Und da auch die Variablenkosten eine lineare Funktion, also eine Gerade sind, reicht es aus, um diese Funktion jetzt in das Koordinatensystem eintragen zu können. Ihr müsst nur wieder eine Gerade durch die zwei Punkte ziehen. So, dann habt ihr nämlich folgendes erhalten. Ihr habt einmal die Gesamterlösfunktion und zum anderen die Variablenkostenfunktion in das Koordinatensystem eingetragen. Und ich denke mir, auch das war jetzt gar nicht so schwierig. Jetzt wollen wir im dritten Schritt mal die fixen Kosten in das Koordinatensystem eintragen und ihr werdet sehen, das ist noch viel leichter. Und sicher habt ihr erkannt, warum das leicht ist, denn die fixen Kosten betragen ja unabhängig von der Beschäftigung immer 2000 Euro. Das heißt, ihr könnt ihr also einfach eine Gerade parallel zur x-Achse ziehen, die bei der y-Achse bei 2000 Euro beginnt. Ich habe euch hier zur Veranschaulichung mal symbolisch drei Punkte eingezeichnet. So, dann haben wir es nämlich jetzt auch schon fast geschafft, denn dann haben wir auch noch die Funktion für die fixen Gesamtkosten in das Koordinatensystem eingetragen. Jetzt kommt nur noch eine kleine Schwierigkeit und zwar wollen wir jetzt die Gesamtkosten in das Koordinatensystem eintragen. Jetzt wisst ihr ja aus der Formel, dass die Gesamtkosten die Summe aus den variablen Gesamtkosten und den fixen Gesamtkosten sind oder anders ausgedrückt die Gesamtkosten ergeben sich aus der Addition von variablen und fixen Gesamtkosten. Und das bedeutet jetzt nämlich in einem solchen Koordinatensystem und das ist wieder sehr einfach, dass man einfach die variablen Kosten auf die fixen Kosten aufrechnet. Das heißt, ihr könnt einfach die Funktion für die variablen Kosten um die fixen Kosten parallel nach oben verschieben. Und schon erhaltet ihr die Gesamtkosten im Koordinatensystem. So, und jetzt haben wir eigentlich schon alles geschafft, denn in unserem Koordinatensystem könnt ihr jetzt sehen, wie sich die Gesamterlöse und die Gesamtkosten entwickeln. Und jetzt schauen wir uns mal die Entwicklung dieser beiden Funktionen genauer an. Zunächst einmal habt ihr ja schon längst erkannt, dass es sich bei beiden Funktionen um sogenannte Linearfunktionen handelt. Das hört sich immer ein bisschen schwierig an, aber es sind nun mal einfach Geraden. Dann könnt ihr sehen, dass die beiden Grundgraden ja eine unterschiedliche Steigung aufweisen. Das heißt also, sie steigen mit unterschiedlichen Steigungsfaktoren. Ich weiß, dass es hört sich für viele von euch immer etwas kompliziert an, weil Mathe einfach nicht so euer Ding ist, aber schaut es euch doch einfach mal an. Dann erkennt ihr nämlich sicher, dass die Funktion der Gesamterlöse stärker ansteigt als die der Gesamtkosten. Und weil man bei den Gesamtkosten ja noch die fixen Kosten, eben die konstant anfallenden Kosten berücksichtigt hat, fällt einem dann etwas Besonderes auf. Denn die beiden Funktionen schneiden sich an einem Punkt. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, den ihr euch unbedingt mal genauer ansehen müsst. Bevor wir das aber tun, schauen wir uns mal die Situation vor und nach dem Punkt genauer an. Dann erkennt ihr nämlich, dass bei jeder Menge bis zu 500 Stück die Erlöse grundsätzlich immer kleiner sind als die gesamten Kosten. Das könnt ihr aus der Differenz zwischen den beiden Funktionen erkennen. Also achtet darauf, hier sind die gesamten Kosten immer grundsätzlich höher als die Erlöse. Und das wissen wir ja auch schon aus unserer Tabelle, denn hier erwirtschaftet das Unternehmen grundsätzlich einen Verlust. Deswegen nennt man diesen Bereich dann auch Verlustzone. Und jetzt könnt ihr eben in diesem Koordinatensystem schön erkennen, was wir bereits in der Tabelle erkannt haben, dass nämlich zu Beginn der Verlust sehr groß ist und mit zunehmender Beschäftigung der Verlust abnimmt. Ab der besonderen Menge, also hier unseren 500 Stück, dreht sich das Ganze jetzt um. Ihr erkennt nämlich hier im Koordinatensystem sehr schön, dass jetzt die Gesamterlöse größer werden als die Gesamtkosten. Auch das haben wir ja in der Tabelle bereits gesehen. Und ihr erkennt hier, dass mit zunehmender Beschäftigung, also mit zunehmender Absatzmenge, der Gewinn in diesem Bereich immer größer wird. Deswegen nennt man diesen Bereich dann auch Gewinnzone. Merkt euch also, in der Gewinnzone gilt dann grundsätzlich, dass der Erlös größer ist als die gesamten Kosten. Und wenn ihr das alles verstanden habt, dann erkennt ihr jetzt auch, was das Besondere am Schnittpunkt der beiden Funktionen ist. Denn nur in diesem Punkt gilt, dass die Gesamterlöse genauso groß sind, wie die Gesamtkosten. Und jetzt wisst ihr hoffentlich, dass das bedeutet, dass das Unternehmen weder einen Gewinn noch einen Verlust erzielt. Deswegen nennt man diese Menge, also hier die 500 Stück, auch die Gewinnschwelle. Das ist ein sehr interessanter Begriff, denn der zeigt uns genau, was hier passiert. Denn bei einer Ausbringungsmenge kleiner 500 Stück erzielt das Unternehmen ja einen Verlust und sobald die Absatzmenge größer als 500 wird, erzielt das Unternehmen einen Gewinn. Und jetzt könnt ihr euch sicher vorstellen, warum man das Ganze Gewinnschwelle nennt, denn das Unternehmen muss natürlich versuchen, über diese Schwelle hinwegzukommen. Übrigens nennen Fachleute diese Gewinnschwelle dann auch Break-Even-Point. Das könnt ihr euch ja mal merken. Ja, das war jetzt eigentlich alles gar nicht so schwierig, aber euch ist sicher aufgefallen, dass das gar nichts mit Deckungsbeitragsrechnung zu tun hatte. Denn alles, was wir bis hierhin gemacht haben, war eine sogenannte Vollkostenrechnung. Wir haben zwar die gesamten Kosten in Variablen und fixe Kosten aufgeteilt, aber insgesamt haben wir ja trotzdem bei den Gesamterlösen beides berücksichtigt, nämlich die Variablen und die fixen Kosten. Und jetzt wisst ihr ja aus den vorherigen Videoteilen, dass man bei der Teilkostenrechnung vor allem die variablen Kosten in das Zentrum der Betrachtung zieht. Oder anders ausgedrückt, die fixen Kosten fallen zwar an, sind also wichtig, werden aber zunächst einmal gar nicht berücksichtigt. Deswegen schauen wir uns jetzt im nächsten Schritt mal an, wie leicht man zum gleichen Ergebnis kommt, wenn man die Teilkostenrechnung anwendet, also mit dem Deckungsbeitrag rechnet. Fangen wir also nochmal ganz von vorne an. Die Werte bleiben allerdings gleich, der Stückerlös, den wir mit der Ware erzielen, bleibt bei 10 Euro, die variablen Kosten sollen weiter 6 Euro betragen und die fixen Kosten sollen sich auch weiterhin auf 2000 Euro pro Monat belaufen. Jetzt habe ich die Tabelle, die ihr ja schon kennt, ein bisschen verändert. Wie in der anderen Tabelle findet ihr in der ersten Spalte wieder die Beschäftigung. Aber jetzt übernehmen wir mal in der zweiten Spalte den Erlös pro Stück. Und jetzt seht ihr, dass der Erlös pro Stück, Achtung, pro Stück ja unabhängig von der Beschäftigung ist. Das heißt also, wenn man die Ware verkauft, erwirtschaftet man damit immer einen Umsatzerlös von 10 Euro pro Stück. Dann tragen wir als nächstes mal in die Tabelle die variablen Kosten pro Stück ein. Und das wisst ihr ja schon, die betragen dann 6 Euro pro Stück. Und jetzt merkt ihr sicher sofort, dass das Ganze viel einfacher ist, als wir es eben gemacht haben. Denn jetzt nutzen wir mal unser Wissen über die Deckungsbeitragsrechnung. Denn, das habe ich euch ja zu Beginn des Videos gesagt, jetzt kann man nämlich einfach den Deckungsbeitrag berechnen, indem man von den Erlösen die variablen Kosten abzieht. Und jetzt erkennt ihr natürlich sofort, dass der Stück Deckungsbeitrag unabhängig von der Beschäftigung immer 4 Euro pro Stück beträgt. Und ich hoffe, ihr merkt jetzt auch, welchen Vorteil die Deckungsbeitragsrechnung hat, denn das ist alles viel einfacher. Jetzt tragen wir nämlich im nächsten Schritt mal die fixen Kosten gesamt ein, also die fixen Kosten, die pro Monat anfallen. Und auch hier haben wir es leicht, denn das waren ja immer 2000 Euro, unabhängig von der Beschäftigungsmenge. So, und im nächsten Schritt berechnen wir jetzt mal den Deckungsbeitrag gesamt, abhängig von der Beschäftigungsmenge. Und jetzt müsst ihr vielleicht ein bisschen aufpassen. Denn den Deckungsbeitrag gesamt berechnet man, indem man die Beschäftigung mit dem Stück Deckungsbeitrag multipliziert. Aber das ist ja eine grundlegende Formel, die wir aus dem zweiten Videoteil kennen und die ich euch auch zu Beginn des Videos nochmal gezeigt habe. So, das bedeutet also, bei einer Beschäftigung von 0 Stück wird natürlich kein Deckungsbeitrag erbracht, denn 0 mal 4 Euro pro Stück ergibt natürlich 0 Euro. Das ist aber auch logisch, denn wenn ihr wisst, was der Deckungsbeitrag ist, dann kann man natürlich leicht nachvollziehen, wenn keine Ware verkauft wird, dann wird natürlich auch kein Deckungsbeitrag erzielt. Jetzt schauen wir uns das mal an, wie das bei einer Absatzmenge von 100 Stück pro Monat aussieht. Ihr multipliziert also 100 Stück, also die Absatzmenge, mit dem Deckungsbeitrag von 4 Euro pro Stück. Und ihr erhaltet dann als Ergebnis einen Deckungsbeitrag gesamt von 400 Euro. Und jetzt merkt ihr doch, dass das eigentlich schon wieder sehr einfach ist. Ihr seht hier, wie der Deckungsbeitrag sich abhängig von der Beschäftigung entwickelt. Und das ist wieder sehr logisch, der Deckungsbeitrag steigt natürlich an, wenn mehr Waren verkauft werden. So, und jetzt kommt genau das, wofür man mit Deckungsbeiträgen rechnet. Denn wenn ihr verstanden habt, dass der Deckungsbeitrag ja dazu da ist, die fixen Kosten zu decken, dann rechnen wir jetzt im letzten Schritt mal wieder aus, wie hoch der Erfolg des Unternehmens ist. Dann erkennt ihr, dass sich wieder bei einer Beschäftigung von 0 Stück logischerweise ein Verlust in Höhe von 2000 Euro ergibt. Schaut euch das mal an. Es fallen 2000 Euro fixe Kosten an. Der Deckungsbeitrag gesamt beträgt 0 Euro. Wir haben also keinen Deckungsbeitrag, der die fixen Kosten deckt. Es ergibt sich logischerweise ein Verlust von 2000 Euro. Bei einer Beschäftigung von 100 Stück sieht das jetzt ein bisschen anders aus. Hier erzielen wir ja einen Deckungsbeitrag von 400 Euro je Monat. Aber, das seht ihr ja, die fixen Kosten betragen dann 2000 Euro. Der Deckungsbeitrag reicht nicht aus, um die fixen Kosten zu decken. Es ergibt sich ein Verlust von 1600 Euro. Und jetzt habt ihr sicher verstanden, wie man hier in der Tabelle vorgeht. Denn ihr seht wieder, dass bei einer Absatzmenge von 500 Stück genau die Gewinnschwelle liegt. Denn bei 500 Stück beträgt der gesamte Deckungsbeitrag 2000 Euro und der reicht gerade aus, um die fixen Kosten von 2000 Euro zu decken. Deswegen erzielt unser Unternehmen bei einer Absatzmenge von 500 Stück weder ein Gewinn noch ein Verlust. Und ich hoffe, ihr habt jetzt erkannt, welchen riesen Vorteil die Deckungsbeitragsrechnung hat. Denn man kann zum Beispiel mit Hilfe des Deckungsbeitrags ganz leicht die Gewinnschwelle berechnen. Ihr müsst hier eben nur die logischen Zusammenhänge verstehen. Ihr müsst also erkennen, dass der Deckungsbeitrag dazu dient, die fixen Kosten zu decken. Dann stellt man sich also bei der Gewinnschwelle die Frage, wie oft muss der Deckungsbeitrag eigentlich erzielt werden, damit die Fixkosten abgedeckt sind. Und das kann man dann ganz leicht in eine Formel umwandeln. Man muss nämlich dann nur rechnen, die gesamten fixen Kosten, dividiert durch den Stück Deckungsbeitrag und schon erhält man die Gewinnschwelle. Und jetzt denken wahrscheinlich einige von euch, was, so leicht soll das sein? Das ist tatsächlich so, rechnet selber mal aus. Die Fixkosten betragen ja 2000 Euro, der Stück Deckungsbeitrag 4 Euro pro Stück. Und wenn ihr dann die Formel anwendet, dann könnt ihr ganz leicht die Gewinnschwelle von 500 Stück errechnen. Und jetzt habe ich euch sicher überzeugt und ihr erkennt, dass die Deckungsbeitragsrechnung wirklich sehr viele Vorteile hat. Zum Ende des Videos schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal in einem Koordinatensystem an. Ich weiß, die meisten werden jetzt abschalten, aber vielleicht gebt ihr mir die Chance, dann werdet ihr nämlich noch ein paar interessante Aspekte in diesem Video lernen. Das Erste, was ihr jetzt bei diesem Koordinatensystem beachten müsst, und Achtung, das müsst ihr wirklich beachten, ist, dass an der Y-Achse jetzt die Stückkosten und Stückerlöse abgetragen werden. Also achtet unbedingt drauf, da vertun sich nämlich viele. Wir tragen jetzt also hier die Kosten und die Erlöse pro Stück ein. Das hat nämlich wieder einen riesen Vorteil. Denn ihr wisst ja, dass der Stückerlös grundsätzlich 10 Euro beträgt, eben unabhängig von der Beschäftigungsmenge. Und das bedeutet dann, dass ihr hier die Stückerlöse als gerade eintragen könnt, die parallel zur X-Achse verläuft. Achtet also drauf, ich weise euch nochmal darauf hin, das hat überhaupt nichts mit fixen Kosten zu tun, das sieht nur so ähnlich aus. Deswegen erkläre ich es euch nochmal, der Stückerlös beträgt ja grundsätzlich immer 10 Euro, unabhängig davon, wie viel Waren verkauft werden. Und das bedeutet dann im Koordinatensystem, dass sich hier eine Gerade parallel zur X-Achse ergibt. Als nächstes tragen wir jetzt mal die variablen Kosten ins Koordinatensystem ein. Und oh Wunder, auch das ist eine Gerade, die parallel zur X-Achse verläuft. Und auch das liegt daran, dass die variablen Kosten pro Stück ja grundsätzlich immer 6 Euro betragen. Also auch sie sind unabhängig von der Beschäftigungsmenge pro Stück konstant. Im nächsten Schritt kann man nämlich jetzt ganz einfach in diesem Koordinatensystem den Stückdeckungsbeitrag erkennen. Noch einmal, der Stückdeckungsbeitrag ergibt sich aus der Differenz zwischen Stückerlösen und variablen Kosten. Und schon erkennt ihr unseren Stückdeckungsbeitrag, der in unserem Beispiel ja 4 Euro pro Stück beträgt. So, jetzt wollen wir uns im nächsten Schritt einmal den Verlauf der fixen Kosten ansehen. Jetzt wisst ihr ja, dass die fixen Kosten 2000 Euro pro Monat betragen. Aber Achtung, in dem nun vorliegenden Koordinatensystem wollen wir ja die Kosten pro Stück eintragen. Wir nehmen also unsere 2000 Euro pro Monat und dividieren zum Beispiel durch 0 Stück. Und jetzt kommt schon das erste Problem, denn rein mathematisch ergibt sich hier kein Ergebnis. Das liegt daran, dass wenn man einen Wert durch 0 teilt, mathematisch kein Ergebnis möglich ist. Deswegen lassen wir jetzt mal das Problem mit dem 0 Stück weg. Wir dividieren jetzt einfach mal die 2000 durch ein Stück. Das kann man ja jetzt ganz leicht im Kopf rechnen, aber achtet mal drauf, was das jetzt bedeutet. Das bedeutet nämlich, wenn unser Unternehmen eine Ware im Monat verkauft, dann wird diese eine Ware mit den gesamten fixen Kosten in Höhe von 2000 Euro belastet. Oder anders ausgedrückt, pro Stück ergeben sich fixe Kosten in Höhe von 2000 Euro. Wenn das Unternehmen jedoch zwei Stück der Ware pro Monat verkauft, dann verteilen sich die Fixkosten in Höhe von 2000 Euro ja auf zwei Stück. Und jetzt erkennt ihr, dass dann pro Stück Fixkosten in Höhe von 1000 Euro anfallen. Und jetzt achtet mal auf diesen Zusammenhang. Wenn das Unternehmen also doppelt so viel, also statt einem, zwei Stück verkauft, dann führt das dazu, dass die Fixkosten sich pro Stück halbieren. Verkauft das Unternehmen dann drei Stück in einem Monat, dann verteilen sich die fixen Kosten auf drei Stück. Und das heißt, pro Stück ergeben sich dann fixe Kosten in Höhe von 666,67 Euro. Verkauft das Unternehmen in einem Monat dann zehn Stück, ergeben sich Fixkosten in Höhe von 200 Euro pro Stück. Und das könnt ihr jetzt einfach so weiterrechnen. Bei 100 Stück ergeben sich fixe Kosten in Höhe von 20 Euro pro Stück und so weiter. Und jetzt achtet mal genau auf diesen Verlauf der fixen Kosten pro Stück. Dann erkennt ihr nämlich zunächst einmal, dass sich grundsätzlich die fixen Kosten pro Stück verringern mit zunehmender Beschäftigung. Das liegt eben daran, je mehr Waren pro Monat verkauft werden, auf desto mehr Stück verteilen sich dann logischerweise die fixen Kosten. Was jetzt aber besonders auffällt, ist natürlich der Verlauf der fixen Kosten. Denn ihr erkennt sicher, dass wir hier kein lineares Verhältnis haben. Ich weiß, das ist wieder sehr mathematisch, das bedeutet aber im Grunde genommen das, was man hier sehen kann. Denn wenn man ein Stück mehr verkauft, verringern sich die Kosten pro Stück nicht im gleichen Verhältnis. Das könnt ihr ja hier in diesem Verlauf deutlich erkennen. Einen solchen Verlauf nennt man mathematisch degressiven Verlauf. Das heißt also, der Wert, um den die fixen Kosten pro Stück abnehmen, der verringert sich mit zunehmender Beschäftigung. Und etwas, was sich verringert, nennt man in der Mathematik lateinisch degressiv. Wir wollen es aber nicht zu kompliziert machen. Es reicht eigentlich aus, wenn ihr erkennt, was hier los ist. Denn dann seht ihr ja, wie gesagt, dass die Fixkosten pro Stück sich mit zunehmender Beschäftigung nicht im gleichen Verhältnis verringern. Aber weil das eben so wichtig ist, gibt es hierfür einen Fachbegriff. Man nennt das Ganze nämlich Fixkostendegression. Aber keine Angst, den Begriff müsst ihr euch jetzt erstmal merken. Was es nämlich genau bedeutet, zeige ich euch gleich nochmal im Koordinatensystem. Und dann werdet ihr vielleicht doch erkennen, warum solche Koordinatensysteme in der Praxis sehr sinnvoll sein können. Jetzt übertragen wir nämlich in das Koordinatensystem erstmal unsere Ergebnisse. Und dann könnt ihr nämlich hier im Koordinatensystem genau den typischen Verlauf der degressiven fixen Kosten erkennen. Noch einmal achtet darauf, es sind die Fixkosten pro Stück, die sich hier degressiv verhalten. Ja, und jetzt fragt ihr euch sicher, warum ihr das Ganze eigentlich lernen müsst. Das ist ja bei meinen Videos immer so. Wozu braucht man sowas? Wenn ihr euch jetzt nämlich den Verlauf der fixen Kosten pro Stück einmal anseht, dann erkennt ihr, dass die fixen Kosten pro Stück ja an einer bestimmten Stelle, also bei einer bestimmten Beschäftigungsmenge, vier Euro pro Stück betragen. Und jetzt erkennt ihr sicher wieder, was das Ganze bedeutet. Denn wenn das Unternehmen 500 Stück der Ware in einem Monat verkauft, ergeben sich eben fixe Kosten pro Stück in Höhe von 4 Euro. Und jetzt erkennt ihr ja hier in unserem Koordinatensystem, dass auch unser Stückdeckungsbeitrag ja grundsätzlich vier Euro beträgt, unabhängig von der Beschäftigungsmenge. Und dann erhaltet ihr nämlich auch in diesem Koordinatensystem das Ergebnis, was wir bereits kennen, dass nämlich die Gewinnschwelle bei 500 Stück liegt. Und das kann man halt hier in diesem Koordinatensystem besonders leicht erkennen. Ja, dann hoffe ich, ich konnte euch in diesem Video einen Eindruck vermitteln, wie leicht man mit der Deckungsbeitragsrechnung Ergebnisse ermitteln kann. Vielleicht noch ein Hinweis, wenn ihr jetzt mal in dieses Koordinatensystem schaut, dann seht ihr ja, dass die Fixkosten bei 1000 Stück am geringsten ausfallen. Jetzt könnt ihr nämlich mal darüber nachdenken, was das bedeutet, wenn unser Unternehmen zum Beispiel maximal 1000 Waren pro Monat verkaufen kann. Dann erzielt unser Unternehmen auch bei diesen 1000 Stück den maximal möglichen Gewinn. Da könnt ihr ja mal darüber nachdenken, wenn ihr das Ganze selber nochmal üben wollt. Ihr wisst ja, bei mir könnt ihr Übungsmaterial auch zu dieser Aufgabe anfordern und dann könnt ihr das zu Hause in Ruhe selbst nochmal durchrechnen. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Videoteil wieder. Dann zeige ich euch nochmal ein paar besondere Anwendungsgebiete für die Deckungsbeitragsrechnung. Vielen Dank, macht's gut, bis dann, tschüss! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!